Herzlich Willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Ja, hier können wir nochmal reinschauen. Was? Fünf Monate die Top Ten. Ah, da können wir umschalten. Entweder machen wir das in Modern Warfare oder in Warzone. Da sieht man es hinten. So kann man umstellen. Genau, dann kann man mit beidem das freischalten. Je nachdem was man halt spielt. Fünf Sympathien gewinnen. Klar, kriegen wir irgendwann über die Zeit halt auch hin. 100 davon und mit Kampfwutabschüsse. 7 von 50. Da machen wir weiter. So, gib mir mal die Spiele. Lass mich schon mal hier hin. Dann filtern wir mal. Herrschaft will ich eigentlich gar nicht, ne? Herrschaft will ich doch gar nicht. Ne, Abschluss bestätigt. Äh, Moment. Ja, Kontrolle hört sich nicht schlecht an, aber ich glaube, das ist rundenbasierend. Das, oder? Ne, Spielzeit 10 Minuten. Äh, passt schon. Egal. Selbst wenn, hm, 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 hier haben wir das. Da haben wir Kampfwut. Das ist alles in Ordnung. Ne Claymore haben wir da. Die brauchen wir hier natürlich nicht. Die hatten wir nur für den einen Modus ausgewählt. Semtex, 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 Semtex. Brauchen wir Semtex? Hm, nö. Aber wir nehmen Molotow. Molotow. Alles klar. Wir starten rein in die Suche. Wir müssen auch mit einer Flinte vielleicht nachher nochmal ein bisschen arbeiten. Und, ja, Totenstelle müssen wir auch nochmal benutzen, ne? Während das lädt und wir in der Lobby suchen. Ah, wir versuchen gerade beizudrehen. Wollte mal eben reinschauen, was Kampfwut eigentlich bewirkt. Experimentelles Aufbruchsmittel, das dir einen Adrenalinrausch verschafft. Deine Gesundheit regiert sich schnell. Taktikausrüstung kann dir nichts anhaben. Und dein taktischer Sprint wird dauerhaft erneuert. Ah, ja, geil. Das ist ja eigentlich cool. So, ja, hier könnten wir vielleicht nur eine Optik draufballern. Aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, ne? Komm, machen wir einfach. Ja, stimmt. Wir sind in einer Match-Suche. Da kommen wir da nicht rein. Fortschritt können wir aber nochmal schauen. Ja, wir sind hier auf dem dicken. Schritt nach vorne gegangen. Auf einem guten Weg, ne? Wir kommen hier gut voran eigentlich. Mit den Stufen. So, ich würde gerne die AK und die AK verbessern. Also von den Stufen her. Aha, der hat hier sogar eine Nase auf dem Druckpunkt fürs Dust-Curver. Kenne ich so gar nicht. Der hier auch? Ne, so kenne ich das. So nicht. Mit so einem Punkt drauf. Keine Ahnung. Woher das kommt. Ja, aber so ist bedeutend angenehmer, die AK zu spielen. Mit der Optik, meine ich. Ah, da hinten liegt schon wieder einer. Ach, scheiße. Ich bin doch am Nachladen. Da kannst du doch nicht einfach rauskommen, Mann. Warte doch eben drei Sekunden. Das ist doch unfair, du. Einfach unfair. Nice. Er hat ihn halt einfach rausgesprengt. Boah, 60 Meter. Also 60,87 Meter sogar. Wow. Ach, shit von hinten. Die Geräusche falsch interpretiert. Mist. Absolut ärgerlich natürlich. Das sind Tode, die man vermeiden kann. Aus nächster Nähe. So, so. Ja, flinke Hände oder zwei linke Hände? Oh, shit. Der hat das gar nicht gecheckt, dass da noch ein Gegner war. Ja, das Ding ist eigentlich ganz cool. Der wird sicherlich hier jetzt gucken. Ah, shit. Der sitzt da mit der Flinte in der Ecke. Du ekelhaftes Dreckskind. Alter, kann nicht sein. Wer sich da mit einer Flinte hinsetzt, ne? Da höre ich doch einen Sniper mit Schalldämpfer. Aber wo? Ja, ich hab gar nicht nachgezogen. Ich hab einfach drauf gehalten. Das war ein bisschen ärgerlich. Bisschen doof gemacht. Zack. Einmal hier hin. Dann schauen wir doch mal hier runter. Da hab ich selten runtergeschaut. Ah, verdammt. Links. Ah, ärgerlich. Feindliche Drohne aktiv. So. Ekelhaftes Kind. Springt um Ecken, ey. Ey, ich hatte Kampfhut. Mein Leben muss ich doch generieren. Kann nicht sein. Ich darf gar nicht sterben. Geht gar nicht. Technisch unmöglich. Sollte unmöglich sein. Das war halt einfach, weil ich es schon gehört hab, ne? Sonst hätte ich den natürlich auch nicht bekommen. Ah, hab ihn. Ja, hab ihn. Wir haben uns gegenseitig rausgenommen. Sehr schön. So und gar nicht anders, bitte. Ich hätte damit rechnen müssen. Wer, wenn nicht ich. Auf wen sonst? Hä? Junge, du bist ein Mate. Bist du blöd? Nee. Irgendwie gar nicht. Hohlspitz schießen wir. Hohlspitz ist gut. Hohlspitz tut weh. Hohlspitz schießen wir uns. So. Werfe Blendgranate. Drei, zwei, eins. Ach, direkt noch einer. Damit rechne ich natürlich nicht. Kannst du auch nie alles wissen, du. Viel zu weit. Viel zu weit. War es tatsächlich jemanden getroffen? Hey, ich war doch drauf auf dem Bein. Da darf der doch wohl wenigstens noch verbluten. Feindliche Drohne aktiv. Ach, komm. Zwölf Abschüsse, aber das ist ganz okay. Na. Hm, sehe ich nix. Huh, da war. Ja, von links und von rechts. Was soll ich machen? Ganz ehrlich. Ach, kommt. Und wieder zwei Leute in einem Flur. Was soll das denn? Können die nicht alle einzeln laufen? Da ist noch einer. Der ist hinter uns, glaube ich. Comeback. Ach, verdammt. Ah, rote Anzeige gesehen, wollte mich gerade drehen. War vorbei. Zu spät. Die schießen auch alle irgendwie einfach nur noch. Die gucken nicht erst. Es ist ein Mate. Es ist ein Feind. Die drücken einfach raus, was geht. Die drücken einfach raus, was geht. Die sehen jemand. Und drauf da. Was? Wo denn? Oh, da setzt sich jemand an die Kante. So ekelhaft. Ist ja widerlich. Gibt es schon ekelhafte Menschen, du. Genau so. Genau so. Einfach drauf. Ach komm, ich hatte doch noch Kampfwut. Mach ich's? Ne, ich glaub nicht, ne? Lassen wir das lieber. Ey, ich war doch... Kann mir keiner erzählen, dass der nicht drauf war. Vielleicht ist auch einfach nicht genug drauf gewesen. Danke. Boah, auf den Füßen. Auf den Füßen. Über die Füße rausgenommen, ey. Scheiße, wieder von zwei Seiten. Wieso habe ich das immer, dass die von zwei Seiten kommen? Immer. Geht gar nicht anders. Wäre ja zu einfach. Und laufen, laufen, laufen. Ja, klar, ich bleib beim Auto hängen die ganze Zeit. Versteh mich nicht falsch, aber nein. Einfach nein. Du wirst hier nicht sterben. Das sind wir in den Vorrennen. Wenn der stirbt, stirbt der. Boom. Ernsthaft? Einfach aufs Gebäude und alles da drunter stirbt, oder was? Nein, der Assistant. Da ist doch schon mal etwas. Immerhin etwas. Ja, ja, von hinten. Ma, da sitzt der schon wieder an dieser blöden Kiste, du. Ich werde verrückt. Ich werde einfach verrückt. Ah, verdammt. Ich hätte damit rechnen müssen, dass der natürlich... Klar, du schießt, du hörst auf, klar. Du lädst nach. Also, pushen. Ja, ich wollte hier rein und dann hier in den Flur. Im Flurbereich. Hab ich was gesehen, ey. Abschuss von hinten. Oh, Granate. Ich hab da nicht was gesehen. 21, 22, 23, kommt nix. Los geht's. Funknall. Hab ich das richtig gelesen? Ja. 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 Scheiße. Ja, gut, da bin ich tot. Das ist okay. Finde ich nicht schlimm. Echt? Vorher kurzzeitig Kampfwut noch ausgewählt. Da hätten wir schon wieder drei Kills mehr. Für unsere Kampfwut. Boom, wir sind tot. Ha. Wir sterben nicht. Aber sehr, 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 sehr knapp, ne? Das hätte auch anders ausgehen können. 26 zu 23, also ne KD von 1,13. Das ist okay. Ey, der unter mir hatte ne KD von 2, was war das? 264 oder so? Ja, das ist mega. Das ist wirklich mega. Schön. Direkt zwei Sachen wieder. Hier, freigeschaltet. Noch ne Battle Pass-Talk. Damit kriegen wir dann das Setup für die... 5, 5, 6, irgendwas. Da schauen wir euch jetzt direkt nach hier, ne? Äh, guck... Ah, Lachman, 5, 5, 6, genau. Bam, da haben wir's. Ausgewogen, ne? Nach Sprint-Schuss-Tempo. Präzisions, äh, Zielbild, ne? Also, dass du präziser schießen kannst. Und Stabilität des Rückstoßes. Also, weniger Rückstoß, das ist gut. Ähm, naja, wir gucken nochmal rein, Battle Pass, ne? Hier, fertig. Äh, den hier zum Beispiel. Das heißt, wir können jetzt mit dem und dem hier weitermachen. Oh! Oh, was seh' ich denn da? Hallo? Will ich haben? Will ich haben? Und hier... Ja, sicher will ich nen Panzer. Den hätt' ich aber auch gern zu Hause. Ne, dann nehmen wir lieber die hier, ne? Klar. Äh, P98, genau. Dann brauchen wir noch zwei Battle Pass... Äh, Battle-Dings. Mmh, Battle Pass-Talken. Ja. Achso. Stimmt. Pumpen-Power. Na, wir müssen hier natürlich noch, ähm, Punkte sammeln. Ja, da kommt eigentlich immer einer durch. Der rennt da nicht durch. Ich wär da jetzt auch rausgerannt. Da dachte ich mir, komm, bevor du selber rausrennst und hops gehst. Oh, ganz, ganz hinten. Ach, scheiße, auch noch hinter mir. Fuck. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Mein Fehler. Danke, dass du so schnell sprintest, dass ich dich gar nicht erwische. Fuck. Ah, da oben, überm Tor. Das ist ekelhaft, mein Kollege. Kollege, ey. Das ist echt ekelhaft, du. Digga, ich renne hier gleich einfach nur noch für den Raum zu rauben, ganz ehrlich. Der, der Typ da hinten ist widerlich. Mag ich nicht. Sehr, sehr unsympathischer Mensch, finde ich. Sehr, sehr unsympathisch. Da hör ich was. Da kommt was. Ja, die Distanz. Ich hätte wechseln sollen, ganz ehrlich. Hätte ich es auch beide bekommen, aber... Naja, man kennt das ja, ne? Treffer! Jeder Kill ist ein guter Kill. Okay. Habe ich da keine Schritte gehört, doch. Wo ist denn der Arsch? Mein Gott, schieß ich grad scheiße. Wechsel das Magazin! Sorry! Fuck! 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 Scheiße! Deckung! Voll ins Gesicht, Alter! Voll ins Gesicht! Mein Gott, ne! Aber es läuft bedeutend besser jetzt. Ah, scheiße! Ich hab die roten Linien gesehen. Ich wusste, es ist vorbei. Ich wusste, es ist vorbei. Scheiß Dreck. Ich hab die roten Linien gesehen. Ich hab die roten Linien gesehen. Ich hab die roten Linien gesehen. Nachladen! Ja, okay. Fast, fast. Na, es war knapp. Knapp als sonst. Gehen wir hier lang? Feindliche Drohne über uns. Ja, ja, tot. Zu lange vorm Fenster gestanden. Bin ich ehrlich, selber schuld. Ach, verdammt. Hau, da hat jemand einen Kill mit dem Messer. Nice. Ey, komm schon. Fand ich jetzt eher weniger lustig. Ja, safe hier gleich irgendwo in der Mitte. Wo bleibst du? Wir haben die Führung verloren. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Wir haben mich erwischt. Hier ist ein falsches Erkämpfer. Wir haben die Hand und. Wir sind der Führung. Ah! Ah! Verbündete Drohne im Einsatz. Syntex geworfen! Verdammt! Claymore. Ach, scheiße. Ey, der eine lebt noch. Fuck, hab ich doch richtig erkannt. Ich dachte mir so, ey, hast du falsch gesehen. Hast du einfach falsch gesehen. Kann nicht sein. Dass der Dude nur lebt. Ne, ne. Aber doch, ja. Meiner. Weiter geht's. Haben wir noch. Fernkämpfer. Slacksen, glaube ich, auch ganz lustig. Wenn man die benutzt. Würde ich auch gerne. Muss man nur nochmal gucken. Oh, shit. Nein. Es flog nicht mehr. Es flog nicht mehr. Scheiße. Panzer brechen, bitte. Du leegst. Ja, du leegst. Ach, komm. Im Gebüsch gespawnt. Nice. Kann man machen, muss man aber nicht. Was? Alter, wie ist denn der um die Kurve gehüpft? Kannst mir nie erzählen. Das will ich sehen. Alter, wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich auch gar keinen Auto-Aim drin oder so. Alter. Er lässt einfach einen Bot für sich spielen. Ganz ehrlich. Kannst mir nicht erzählen. Zack, Junge. Und blopp. Ja. Er lässt einen Bot für sich spielen, gefühlt. Boom. Danke. Ach, komm. Und jetzt von oben. Alter. Hundert haben wir bekommen. Wofür? So, für einen Abschluss mit dem. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Ja, 100 zu 95. Wieder relativ knapp, aber 18 Kills. Naja, gut. Geht, wa? Alter. Ah, 18 zu 19. Schade, 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 schade. Ja, KD nur, 0,5, ne? Aber es ist schade. Es ist wirklich schade. Die Herausforderung mit der Flinte haben wir dann natürlich jetzt auch abgeschlossen. Und, ähm, ja. Hier sind wir auch ein bisschen weiter. Hier sind wir auch weiter. Das sieht gut aus. Ja. Und, ähm, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach stimmt, das war das mit Leben, ne? Ah, das ist natürlich dann mies Haben wir einen Laser drauf? Ne, ne? Doch, haben wir wohl rot Roten Laser Ich höre da hinten was Schleiche, damit man meinen Kopf nicht sieht Ach, verdammt leer Ja, Magazin zu klein So ist das halt So, kaltblütig wurde aktiviert Haben wir Minus 1 Haben Feindkontakt bei Bravo Boah, ich dachte schon Da war einer Ach, verdammt! Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, war das knapp Dem Feind geht die Verstärkung aus Ja, okay, von oben Klar, hätte ich auch nicht anders gemacht Das ist das Beste, was du machen kannst Wenn unten einer sitzt Einfach von oben kommen Ja Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Das heißt, hier vorne kommt gleich einer raus Äh, hier an der Treppe, links Genau, den meine ich Aber wenn wir wenigstens immer einen gegen einen Oh, dann ist das gut So natürlich nicht Ähm Ja, ich denke, wir setzen uns jetzt einfach hier hin und warten Haben wir Da vorne muss Obert sein Fuck, 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 fuck Ah, scheiße Dich an, beende die Mission 30 Sekunden noch For real? Wir nehmen Alpha ein Ach, fuck Ich muss da rein Ach, zu hoch Nein, scheiße Er war gedruckt Es war einfach zu hoch Ah, das gucken wir uns mal an Scheiße Boah, man sieht, wie die Kugeln ganz knapp über seinem Kopf vorbeiziehen Scheiße, ne Alter, ich hab neun Abschlüsse Was willst du denn noch mehr? Neun von wie vielen? Möglichen Neun von dreißig Also bitte Also bitte Fast ein Drittel Kannst du mir nicht erzählen, da das Ne Ganz ehrlich Das hat es gut genug Warum haben wir jetzt Einzelfeuer? Fuck Wann hab ich das denn bitte umgestellt? Scheiße Der sitzt da noch Ne, da sitzt keiner mehr, ne Doch, da saß einer Da sitzt immer noch einer Wusste ich's, wusste ich's Scheiße Ich hätte doch warten sollen Ich hätte doch noch warten sollen Ganz ehrlich Scheiße Wir erobern jetzt Bravo Da ziehen wir jetzt einmal durch Hey, fuck Immer auf Einzelfeuer Ne, Vollauto will ich haben Danke Ich seh nix, wenn du mir Mit deinem Arsch davor stehst Fuck Ach, verdammt Mit der Tür hab ich jetzt nicht gerechnet Damit hab ich nicht gerechnet Scheiße Wir erobern Bravo Wir haben keine Verstärkung Bringt die Mission zu Ende Runden Sieg Sehr schön Das erste Mal, dass ich seh, dass jemand Einen mit dem Schild Wirklich tötet Nicht während der Schild trägt Aber während Er ist benutzt So, weißt du So richtig draufknüppeln Mit dem Schild Das ist, glaub ich, das erste Mal Außer jemand rennt direkt dagegen Es könnte sein, dass wir das auch schon mal gesehen haben Bin mir nicht sicher So, Überdruckpatroule Also Jo, wie machen wir dat? Panzerbrechend Haben wir Fuck Ich seh doch nix, du Zau doch auf, du Scheiße Ja, leg dich hin Und dann spreng ich dich Komm Assistant Reicht mir Wenn ich dafür gesorgt habe Dass jemand anders stirbt Bin ich glücklich Reicht mir soweit schon Ach, verdammt Ich wollte hinter die Wand in die Ecke Mich in Sicherheit Kurz wiegen Und dann Gas geben Wir brauchen Bravo 21, 22, 22 Boom Boom Ekelhaft das Dreckskind, Junge Auf dem Boden da Verbündeter Luftflag Tun mal wieder sichern hier Äh, ich Ach komm Ganz knapp daneben wahrscheinlich wieder Wie immer, wie immer, wie immer Okay, sie nehmen Bravo ein Ähm Oh, da hinten war noch einer Scheiße, ich hätte rechts in die Ecke rein Drennen sollen Aber kannst du so schnell ja nicht reagieren Dann ist das halt zu spät, ne Ist halt Pech gehabt Ganz ehrlich Äh, so Das heißt da hinten noch ein Punkt Dann haben wir es soweit Der Feind greift Alpha an Oh, Glück gehabt Mehr Glück als verstand du War aber wirklich knapp, ey Scheiße, 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 Scheiße Ah, ich hätte nicht nachladen dürfen Aber ich hab den schon echt gut gehittet, ne Ja, Rundensieg, sehr schön Wow, er hat sich dabei hingelegt, sogar Ja, na dann Wir müssen einnehmen Let's go Mh, das ist, ähm, ja Das ist wieder hinten die Position Aber diesmal gehen wir von hier aus Ehm mal umgestellt Fuck Puh, shit Ah, zu spät Ich hab ihn aber ja mitgenommen Von daher ist das okay Ja, solange wir da jemanden mitnehmen Nimm wieder einen, nimm wieder einen Komm, komm, komm Wir haben's fast Ach, Scheiße, es kommt Samtex, spreng sie weg Spreng sie weg Naja, die sind, glaub ich, schon weggeballert worden Oder sie haben's geschafft Sie scheinen's geschafft zu haben Ach, verdammt Alter, was ist mit meinem Bein passiert Oh mein Gott Einfach weggeknickt, das Ding Mh, so, wir haben 19 Leben Die haben noch 13 Ja, damit haben wir's An alle Hunter Mission erfüllt Tolle Arbeit 19 zu 16 Kills bisher Gut, wir haben gewonnen Das ist aber auch ein echt widerliches Kind Und das hat Der hat's nicht anders verdient Als da unten auf dem Boden So richtig eklav weggemäht zu werden Weil man legt sich da halt Nicht einfach so hin Ganz ehrlich Er war halt im Aim Hätte er nachgeladen, okay Aber man sieht ja Die Reflexion Das heißt, er zielt Und, ähm Ganz ehrlich Dann selber schuld Man hätte ihm so Termin Genau ins Gesicht werfen müssen, weißt du Ja, sehr schön Da auch wieder höher mit der Stufe Bei der Waffe dürfte ja auch echt Nicht mehr viel fehlen Dann sind wir damit durch Mit den Stufen Mit der Freischaltung Klar, hier auch Battle Pass Token Fortschritt Erhalten So, wir schauen nochmal eben rein Das war ja jetzt hier 22 von 23 Also noch ein 3 Ah, sagen wir mal Ah, noch Noch 70% Und dann haben wir Also 70% von so einem Balken Dann haben wir die Waffe durch Pistole kommt auch ganz gut voran Dafür Ja gut, das CX-13 Auto, ne Die kam bisher schon immer ganz gut voran Muss ich gestehen Das ist nicht Neu So, so, so Was packen wir da drauf? Ich will irgendwas Spaß Nein Nein, einfach nein So, Tiger Ne, danke, oder? Nehmen wir mal den hier Und dann schauen wir uns das mal an Vorschau Nope 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 Ah, komm Jetzt sehen wir endlich mal die Waffe Nö, da ist nix schickes dabei Nicht wirklich Das könnte man vielleicht nehmen Ja, aber sonst Weil Drache Alter Nein, Mann Wieso hat man hier überhaupt So Solche Möglichkeiten Sowas Ekelhaftes Für die Augen auszuwählen Es kann doch einfach nur wehtun Ganz ehrlich Es tut einfach nur noch weh Gut Ähm Da hatten wir schon was gemacht Ja, da fehlt echt nicht mehr viel Wenn man Hier ist Da schaut Da sind wir wirklich Auf dem Weg Zum Waffentuning Und damit dann halt Zum Ende Ja, die beiden hätten wir dann schon fast fertig Battle Pass Wie sieht's da aus? Halbe Halbe Stufe Ne, so einen halben Tocken haben wir schon Dann würde ich mir natürlich erstmal hier die Waffe holen Ne, also Die Ne, die MP Die MX9 Und danach Natürlich, klar Auf den Weg hier Nein, erstmal hier Hier, hier die Obwohl Schnelles Ziehen Feuerrate und ZV-Geschwindigkeit Eigentlich sollte ich erst die nehmen Diese Waffen nehmen Und damit Alles freischalten Ne Ja Wäre vielleicht auch noch ne Idee Ja, aber ich würde sagen Danach Schauen wir dann mal In der nächsten Folge oder so Wenn wir die dann Tocken kriegen Wir sehen uns dann Dort auch Wieder Woche bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal